Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Endlich ist es soweit. Die Google Spracheingabe beherrscht jetzt auch Satzzeichen auf Deutsch. Google selber hängt das Ganze noch nicht so an die große Glocke. Da heißt es immer noch, das Ganze funktioniert nur auf Englisch. Aber in den letzten Tagen berichten immer mehr Leute, dass ihre Android-Geräte jetzt auch Satzzeichen verstehen. Und ja, ich habe es natürlich einmal mit allem, was ich hier zur Verfügung hatte, durchgetestet. Und es funktioniert natürlich gerätunabhängig, denn die Google Spracheingabe wird zwar auf eurem Gerät aufgezeichnet, dann aber hoch auf die Google Server geladen, dort analysiert und kommt dann wieder zurück auf euer Android-Gerät. Und so funktioniert dann das Ganze auch ziemlich problemlos. Okay Google. Hallo, Komma. Wie geht es dir? Fragezeichen. So, ihr seht es, Satzzeichen werden problemlos erkannt. Natürlich bei einer Google-Suche nicht so wirklich hilfreich, vielleicht hier und da mal. Aber viel interessanter wird das Ganze natürlich mit so, was weiß ich, Google-Notizen oder Keep hier. Wenn ich da ganz einfach eine Notiz diktiere. Hallo, Komma. Wie geht es dir? Fragezeichen. Ich finde dich doof. Ausrufezeichen. So. Ah, zum Anhalten tippen, ganz wieder vergessen. Ich finde ja die Google Spracherkennung wirklich okay. Die funktioniert ziemlich gut. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch ganze Sätze damit vernünftig diktieren kann und dann nicht einfach Fragezeichen ausgeschrieben habe. Das brauche ich ziemlich selten, würde ich mal sagen. Das Ganze ist ziemlich beschränkt auf, ihr könnt es euch vorstellen. Das Ganze ist ziemlich beschränkt auf Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. So, ihr seht es. Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wenn ich jetzt aber mal hingehe und... Was nicht funktioniert ist, Doppelpunkt, Gedankenstrich, Gänsefüßchen und solche Sachen. So, also die ganzen anderen Dinger. Keine Ahnung, ob die noch kommen, aber bisher wirklich nur Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. So, und wer sich jetzt fragt, wie sieht denn das auf einem anderen OS aus? Ja, natürlich. Wenn ich hier zum Beispiel die Spracheingabe vor auf iOS mit Cloud benutze. Hallo, Komma, wie geht es dir? Fragezeichen. So, das ist genau das Gleiche. In grün, da könnt ihr dann auch in Zukunft eure Dinger auf die Google Spracherkennung zurückgreifen. Wobei, nach einem iOS-Gerät, man hat Siri, man hat die Apple Spracherkennung, die auch wirklich sehr, sehr gut in meinen Augen, Ohren und so funktioniert. So, das soll es gewesen sein. Viel Spaß beim Rumprobieren, egal welches Gerät ihr habt. Ihr werdet bestimmt irgendetwas finden, was euch da verleitet, damit jetzt ein bisschen rumzuspielen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!